Die Späden ist auf der Winter vertreten, mit einer Menge von Abfüllungen. Zwei davon haben auch bei SoCity Spirits gehabt, die Häuser gebraucht haben. Hier sehen wir Björn Bertram, der uns vielleicht ein bisschen was zu den Abfüllungen, die gewonnen haben, erzählen kann. Was waren denn die beiden, die bei euch gewonnen haben? Ja, hallo erstmal. Ja, die Besonderheit hier haben wir einmal unseren Blumstertit. Man sieht das schon an der Farbe. Da haben wir die Fässer vorher mit Kirschwein gesättigt. Und da kriegt ihr halt diese tolle Farbe und das tolle Aroma her. Und dann unsere neue saisonale Abfüllung, der Winterdrömen. Besonderheit hierbei ist, dass wir die Fässer vorher mit Plantation Rum gesättigt haben. Und zwar einmal mit dem Barbados und einmal mit dem Jamaika Rum vom Plantation. Und auch da kriegt der diese tolle Aromen einfach her, die man da rausarbeiten kann. Wie viele Abfüllungen habt ihr momentan im Programm? Wir haben momentan knapp 20 Abfüllungen. Und in Deutschland sind alle erhältlich? Ja. Was sind von eurer größten Exportfinitärer? Ist der Heimatmarkt sehr größer? Ja, das ist Schweden halt klar. Und an zweiter Stelle kommt da schon der deutsche Markt. Danke, danke. Und danke für das Interview. Sehr gerne. Viel Spaß hier. Viel Spaß noch. Viel Spaß hier. 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 Viel Spaß hier.